So, dann bringen wir sie um. Dann haben wir schon mal Honig. Das ist eine Killerwiene, cool. Haben wir alles zu brauchen? Das brauchen wir auf jeden Fall. So. So, jetzt können wir noch ein bisschen Nahrungsmittel sammeln, würde ich mal sagen. Dann können wir die Möhre mitnehmen. Wir kochen ja nicht, das heißt, wir müssen alles gleich selber so irgendwie essen. Ein bisschen mehr Nahrungsmittel, das wäre echt cool. Möhre. Gibt es noch hier irgendwo? So was zu essen. Ich gehe jetzt trotzdem in die Richtung, wo ich hin will. Nach der Links, nämlich. Achso, habe ich eigentlich genug hier, um was zu überspringen? Das wäre eigentlich eine gerade Idee. Wo ist denn hier? Können wir ja fast tun. Warte, Moment. Schlafsack. Ich brauche vier Stück von diesen. Komm her, schneller. 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 So, da geht es so, da geht es so, da geht es so, da. Jetzt ist es nicht mehr dark. So, wir nehmen wir noch ein bisschen Gras mit schnell. Wir brauchen vier Stück dafür, ne? Und ein Seil. Wie viel brauchen wir für das Seil nochmal extra? Drei, das heißt, wir brauchen sieben Stück, wenn wir eine Nacht überspringen wollen. Ah, da, 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 da. Fünf, sechs, sieben. Äh, äh, achso. Na ja, schmeiß mal hier das Monsterfleisch lang weg. Äh, wo ist denn? Ich brauche noch zwei, hä? Ach, sechs brauche ich dafür, nicht vier. Äh, äh, jei, jei. Monsterfleisch nehmen wir gleich mit. Na komm. Und ich würde gerne noch die beiden Büsche damit nehmen. Aber ich habe, glaube ich, keine Schaufel mehr, ne? Nein, habe ich nicht mehr. So, dann machen wir eben so. Äh, wir brauchen noch eine Schaufel eben schnell. Schaufel. Ach, komm, hör doch auf. Schaufel. Da auch noch. Schmeiß halt die Blumen weg. Möhre mitnehmen. Ganz wichtig. Monsterfleisch nehmen wir das noch mit, ja, ne? Ich habe auf jeden Fall gebrochen. Wo war das denn jetzt? Ob ich es dann hingelegt? Da. Nur nicht, dass wir unser Fleisch essen. Oh, Honig kann ich auch essen. Ein paar Möhren mal zwischendurch essen. Ich weiß, gekocht bringt es mehr. Aber ich will einfach kein Lager bauen. Ist logisch, oder? So, jetzt rennen wir einfach mal weiter. Jetzt haben wir ja genauso genug Honig, um was anderes zu bauen. Wir werden es bald unser erstes Lager errichten. Aber nicht hier. Ich weiß nicht, ob ich es bis zu den Bisons schaffe, oder ob ich in der Nähe von dem Schwein bleibe. Das muss ich mir noch überlegen. Das war so ein weiter Weg. Ich weiß noch, ich erinnere mich. Aber egal. Die erste Insel haben wir ja schon zu genüge gesehen. Da wollen wir einfach nicht mehr sein. Das ist einfach... Was will man da? Das halte voll nach. Ich sollte es besser lassen. Ich bin kein Beatboxer. So, dann nehmen wir noch mit hier. Das fliegt, was auf dem Weg liegt. Hier mit. So, weiter, 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 weiter. Eigentlich könnte ich noch ein paar Felsen kaputt kloppen, um ein bisschen Stein zu kriegen. Ja, ja, das wäre schön. Da hat man ein bisschen Stein, da ist man ein bisschen Stein und ein bisschen Flint. Jetzt habe ich noch neun. Kriegen wir noch so ein kaputt hier oder nicht mehr? Nein. Gut. Egal. Hauptsache der Inventarplatz ist frei. Freien Inventarplatz kann man immer gebrochen. So, dann nehmen wir auch noch mit. Irgendwo hier oben muss es gleich hochgehen. Und das nächste Gebiet. Für die Steinwüste hier. Und was zu essen gibt es hier auch nicht. Äh, ja. Ohne Essen laufen wir hier rum. Ist doch doof. Hä, wo ist denn das? Oder ging es da irgendwo hoch? Das war auf jeden Fall, oh, es ging hoch. Das habe ich jetzt verpasst. Das wäre ja mehr als ärgerlich. Einmal umsonst da runtergelaufen oder sowas. Das wäre ärgerlich. Wie sonst was? Ah, mein Headset-Kabel ist gerade hier. Hat sich gerade verabschiedet. Ich habe da liegen jetzt. Okay. Ich habe das eingebildet. Wahrscheinlich. Hier seht ihr uns den Schatten. Das ist der Schatten von meinem Mikrofon. Jetzt sieht man das auf meinen, auf meinen hier. Nur mal umzuholen. Hä, wo ist denn der Hochweg oder hat sich die Karte verändert? Oder darf man einfach am zweiten Tag noch nicht dahin? Ich dachte, die Karte wird immer gleich. Jetzt renne ich hier einmal um drum herum und gucke, wo der Weg ist, wo es weitergeht. Das wäre ja was, wenn sich die Karte auf einmal verändert. Dann würde mein ganzes Plan ja gar keinen Sinn mehr machen. Von da bin ich gekommen. Gut. Einfach weiter rennen hier erst mal. Das wäre echt doof, wenn ich die Karte verändern würde. Warum geht es eigentlich nicht weiter? Verstehe ich nicht. Bis jetzt, dass ich die Karte noch nie verändert bin. Ich bin immer an der selben Stelle rausgekommen. Merkwürdig, würde ich mal so behaupten. Ich schaffe es noch einmal rumzulaufen. Nein, schaffen wir nicht mehr. Nein, das ist coming. Gute Nacht. Ohne Feuer, einfach mal durchschlafen. Zack. Und dann ist schon wieder Tag. Ein Need Food. Ja. Ich habe kein Food. Gut. Erstmal hier das. Soll ich die mal angreifen? Obwohl ich habe hier noch garotten. Ich glaube, ein bisschen Honig brauche ich ja. So ein Ei wäre nicht schlecht, wenn ich das finden würde. Habe ich meine Waffe noch? Ja, habe ich noch. Hau weg hier. Geh weg. Hoch einfach ab von mir. Ich habe keinen Bedarf mit dir zu kämpfen. Hol dir das Ei da. Und weiter rennt. Tschüss. Ich muss aber hier unten gucken, ob hier unten nicht irgendwo der Hochweg ist. Ich habe ein bisschen Angst vor den Viechern, die machen so viel Schaden. Aber wenn ich immer renne, dürften sie mir eigentlich nichts anhaben können. Lass mich jetzt einfach in Ruhe. Da ist auch der Hochweg nicht komisch. Mal bitte nicht, du auch noch da hinter mir her. Da habe ich zwei von euch hinter mir. Einer reicht mir vollkommen. Ja, kommt. Ihr langen Lulatsche. Jetzt spinnen sie auch da draußen wahrscheinlich. Nein, gerade nicht. Gott sei Dank. Hä, wieso geht es? Es geht von dieser Unsel auch nicht runter, glaube ich. Nee, oder? Das kann ich sagen. Ich war fast da gewesen. Weg weg, da rück da. Und jetzt darüber. Das ist, wie weit will ich mich jetzt verfolgen? Oh, mein Naus mit dem Vorrat geht es in der Eige. Warum nicht mal verhungern? Wenn wir das Spiel schon nicht hungern heißt. Wie weit willst du mich verfolgen? Hallo? Habe ich dann eingeklaut oder was? Ja, hast du. Willst du gleich irgendwann weggehen, hoffe ich. So, hier wohne ich Schweine. Da muss ich quer durch. Hier will ich auf jeden Fall nicht nisten. Ja, hau ab. Eigentlich, endlich, endlich, endlich. Obwohl ich so ein Schwein vielleicht töten könnte für... Miet. Obst hat mein Bild verschoben, aber macht glaube ich nichts. Hoffe ich. Kontales Baumwachsen. Sei es ein Schwein. Boah, euer Fleisch. Tut mir leid, sonst hätte ich euch jetzt nicht angegriffen. Danke fürs Fleisch. Ich mag Schweinefleisch. Insbesondere das Nahhaft und so. Das ist auch gut. So. Gibt es noch mehr? Das füllt wenigstens ein bisschen was auf. Hallo, sind hier noch Schweine? Noch drei Stück. Haben wir die auch noch um. Jetzt haben wir's ja noch ein Schlag gebraucht. So, genug Schweinefleisch. Schauen wir ab. Einfach abhauen. Ja, ich hab auch so ein bisschen Schweinehaar gesammelt oder irgendwie sowas. Wer weiß, wofür das gut ist. Wo ist es denn gewesen? Ich dachte, dass wäre das gewesen, aber was waren die Rocks? Ach da. Pigskin. Also Leder eigentlich. Schweinleder. Das ist gut. Schweinsleder. Ich bin Schweinskalopp. Oh Gott, müde. Ja, ja. Lagerplatz suchen wollte ich gar nicht mehr. Wir rennen einfach durch die Gegend. Lagerplatz wäre zu einfach. Mal, ob ich hier beide gesteigen. Jetzt hätte es gereicht. Nee, den graben wir jetzt mal nicht aus. Ich hab auch nichts, um die Nacht zu überspringen. Aber wie geht's denn? Robert, den Bissons war doch eh irgendwo hier am Rand, ne? Rechts, irgendwie. Oh scheiße, hier wohne Spinnen. Und es wird gleich dunkel. Rennen wir weiter. Kein Bock auf Spinnen in der Nacht. So, rechts und hier sind auch welche. Oh, super. Welch Freude. Lasst mich einfach in Ruhe. Hier sind... Hier sind Schweinedorf. Die schlafen jetzt. Interessant. Kann ich einfach bei dem bleiben. Hier ist ja gar nicht dunkel. Hier wird's ja hoffentlich nicht dunkel. Kann ich natürlich nicht genau wissen. Aber ich glaub hier... Kann ich nicht mitnehmen. Kann ich auch nicht mitnehmen. Hier geht's auch immer dahin, wo ich hinwolle, glaube ich. Genau. Yay. Zu den großen Bissons, glaube ich. Dann werde ich mir hier auch irgendwo in Lager aufschlagen, dann. Wenn ich auch schnell... Wenn ich schnell bin, könnte ich vielleicht noch... mir einen Schlafsack machen. Wann da brauche ich so viel... Komm, hör doch auf, das... So, mach mal anlass. Nimm mal halt das in die Hand. So, wenn ich genug sammle. Das heißt also 6, 7, 8 oder so. Wo ist das andere Gras? Ich hab grad schon Gras gehabt. Ach, genau das Gras habe ich natürlich verbrannt oder verstehen gelassen oder was auch immer. It's so dark. Guck mal. Ich brauche 6 Stück, um die Nacht zu überspringen. Aber, das wird mir eh nichts bringen, weil ich die Aufnahme gleich beenden muss. Weil die 3 Folgen sind dann voll. Dann werde ich noch Stein und Holz sammeln müssen, dann werde ich hier mein erstes Lager aufschlagen. So sieht's aus. Aber, ähm, der speichert ja quasi im Morgen früh ab. It's so dark. Bin auch hoffentlich da, wo ich hin will. Ja, ich glaub schon. So. Oh, ja. 12. Fünd ihr die gerne mal sehen wollen? Aber, ja. Irgendwo sind die jetzt gerade irgendwie verschollen. Noch kein Lager, wir rennen einfach nur rum. Das ist schon cool. So, nach drei Folgen. Und die erste war ein bisschen fehlt, aber okay. Ich geb's zu. Ich weiß ja nicht genau, wann der Tod war. Ich glaub, in der zweiten Folge oder Ende der ersten. Ich hab keine Ahnung mehr. Das ist immer so schwierig, ihn aufnehmen zu sagen. Ich hab immer, ich guck mal nur drauf, wie lange ich aufnehmen muss. Oder will. Dann nehm ich mir vor, so eine Stunde oder halt 45 Minuten. Und dann weiß ich natürlich nicht, wo ich dann war, als ich gestorben bin. Immer schwierige Sache. So, die Nacht ist rum. Das heißt, also wird jetzt gleich rumgehen, die Nacht. Wir sehen uns in den nächsten, in den nächsten Folgen von Downstarve oder welchen anderen Videos guckt es. Wenn ihr euch dieses Spiel gefällt oder das, was ich hier mache, dann like dieses Video und verbreitet es oder was auch immer. Wir sehen uns auf jeden Fall irgendwo bei den anderen Videos. Bis dahin. Tschüss.